da da hüben dürften eigentlich alle gut sein wenn nicht immer noch mal Du, ich rumfinde Du, ich rumfinde Jetzt versteckt sich das Arschloch wieder ich garantiere die 1 du kommst nicht weit damit mit der Einstellung ach scheiße was war denn das jetzt schon wieder das ist so ein witz oder da triffst du so eine lächerliche schnur und wirst in die luft sprengt hier an die birne hier oben ja ja ist schon recht du hast ein glück ey dass ich im moment kein fahndungslevel gebrauchen kann sonst hätte ich dich schon längst umgelegt ja 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 du trägst rocke dich lege ich auch noch um ich habe genug ich habe genug ich habe genug die mit den Knarren, du Arschloch. Dann lebst du länger. Sich hinter der Leite verstecken ist keine gute Idee, mein Freund. Der ist schon tot. Der hat so ne Waffe gehabt. Der hat auch ne Desert Eagle. Schade, dass man da nicht zum Fenstern raus kann. Na, du Drecksyut. Leider dürfen wir dieses Stück Scheiße hier noch nicht töten. Leider dürfen wir ihn nicht töten. Na ja, kommt noch. Du bist tot? Gut. Das hoffe ich doch. Ich würde ihn nämlich zu gerne töten. Das Museum braucht ein paar neue Vasen. Echt? Das tut mir jetzt aber leid für dich. Hä? Wo ist denn der Honk? Schrubfhinde? Meine Schrubfhinde? Na, Arschgesicht. Du schlägst nach mir, du Drecksack. Du musst mutig sein. Ehrlich. Oder blöd. Du schlägst nach mir, du schlägst nach mir. Nein, du schlägst nach mir. Das ist mir. Wie kommt denn da der Arschluss dann auf? Da lebt noch einer. Es hat gelebt. Da lebt immer noch einer. Ja, jetzt laust mich doch der ab. Halt mal deinen Schwanz weg hier. Wenn ich ja oben was seh. Hä? Ja? 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 Eiden, Eiden, Eiden Ja, die Waffe ist gefährlich. Nichts leicht als das. Es ist nur noch einer übrig. Und der ist da oben. Na, du Schickscheiße, wo bist denn du? Und wo man Satter so bei hat, nichts Interessantes, nichts Interessantes. Okay. Oben? Wie oben? Ja, das ist auch egal. Hey buddy, what's your deal? Auf Handlungslevel loswerden? Na ja. Nur um einsam einen Hotdog zu kaufen, ich werd grad einen Hotdog kaufen, du Arsch. Ja. 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 Ja, da kam ein Auto oben an. Wir stehen gerade ungünstig. Ich traue dem Vogel so so nicht immer wie ich. Vorsicht, Zug! Ich traue dem Vogel. Ich traue dem Vogel. Bez in love.